Nicht alles. Es geht um Selbstvertrauen und vor allem um die Pose. Diese angriffslustige Bulldogge weiß das. Die junge Lappado-Händin wendet einen Trick an, den sie als Gelbe gelernt hat. Sie rollt auf den Rücken und zeigt ihre verletzliche Seite, den Bauch. Das spielerische Kräftemessen im Welpenalter hat die Hunde auf die Regeln, die nun im Park zu beachten sind, bestens vorbereitet. Trainieren für ihr Leben als Jäger. In der Natur müssten sie in drei Monaten selbst Beute machen. Diese Katzenbabys werden bald voneinander getränkt und erobern dann ein neues Zuhause. Und wer immer sie als Haustier aufnimmt, bekommt auch ein Raubtier. Auch Beutetiere trainieren ihre...